Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Es gibt einen kleinen Nachschlag zur planetaren Geologie, zu der Reihe. Da gibt es ja eine eigene Playlist dazu von Christian. Christian Küberl, ja, er ist integraler Bestandteil unseres Teams mittlerweile, kaum mehr wegzudenken. Und da gab es immer wieder mal Fragen bei uns auf der Webseite. Und da hat der Christian gesagt, pass auf, das fassen wir thematisch zu Blöcken zusammen. Und heute geht es gleich mal um den Mars, um das Objekt der Begierde. Da wollen wir ja alle hin, da ist ja die Euphorie groß. Und da stellt sich natürlich die Frage aus Sicht eines planetaren Geologen, eines erfahrenen Wissenschaftlers in dem Bereich, ja, taugt denn der Mars überhaupt als Backup für unseren Planeten? Ist dort Leben überhaupt denkbar? Und was hat es eigentlich auf sich mit diesen Wasserkanälen und mit dieser Tarsiskette und, und, und? Also, hören wir mal rein. Wir bekommen ja immer wieder auf Urknall Weltall Leben Fragen auch zu den einzelnen Vorlesungen zu teilen. Eine Frage ist die Tarsiskette. Das ist jene Kette von großen Vulkanen, hauptsächlich auf der Nordhalbkugel des Mars. Das sieht man hier, da, 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 da. Und natürlich sind die alle irgendwie schon in einer Linie, in einer Kette. Und die Frage ist, könnte das sein, so ähnlich wie bei Hawaii, dass da ein Hotspot unter der Marsoberfläche vorhanden war? Und die sehr kurze Antwort ist ja. Das ist tatsächlich eine der gängigen Hypothesen, die man verwendet, um die Tarsiskette zu erklären. Das muss natürlich schon vor einiger Zeit passiert sein, weil man nimmt schon an, dass, weil der Mars ja auch viel kleiner ist als die Erde und daher weniger radioaktive Substanzen im Inneren hat und daher die Hitzeentwicklung im Inneren nicht so lang anhält wie bei der Erde, dass diese Hotspots es heute wahrscheinlich nicht mehr gibt, sondern vielleicht vor mehreren hundert Millionen Jahren, vielleicht auch vor einer Milliarde Jahre schon aufgehört haben. Aber tatsächlich ist das eine Möglichkeit, wie die Tarsiskette interpretiert wird. Es ist übrigens auch so, dass durch diesen Vulkanismus, zumindest früher, viel Gas und auch Wasser an die Oberfläche des Mars gekommen ist, die der Mars in der Zwischenzeit, seit der Entstehung dieser Vulkane, aufgrund seiner geringeren Anziehungskraft schon in den Weltraum wieder verloren hat. Dann eine andere Frage, wenn wir schon beim Wasser sind. Und woher weiß man eigentlich, dass die Kanäle, die es so gibt, diese verwinkelten Kanäle in anderen Formationen, auf dem Mars wirklich durch Wasser gebildet wurden? Könnte es nicht auch Lava oder etwas anderes Flüssiges sein? Also, nein, denn, wenn wir uns zum Beispiel, deswegen habe ich ja absichtlich dieses Bild hier gewählt, da haben wir einen Krater, einen Einschlagskrater, und der hat natürlich einen Kraterrand, und dann gibt es verfestigtes Material vom Einschlag rundherum, und um diesen Krater sieht es eben so aus, als ob Wasser geflossen ist. Lava kann es nicht gewesen sein, die schaut nämlich anders aus. Es gibt auch Lava-Flüsse, die wir kennen an der Oberfläche, die sehen aber schon komplett anders aus. Die würden auch im Wesentlichen so ein Gestein zudecken, problemlos, und nicht so einfach rundherum fließen, weil eine Lava hat eine komplett andere Viskosität, also Zähigkeit, als Wasser. Solche Formationen, so wie wir sie hier sehen, sind ganz typisch für die Wechselwirkung zwischen Gestein, lockerem Gestein, und Wasser. Genauso ähnliche Inseln im Strom kennen wir auch von der Erde, wo man das ganz klar auch nachvollziehen kann, und man kann also hier sogar ausrechnen, ungefähr wie viel Wasser dort vorbeigeflossen sein muss in einer bestimmten Zeit. Es gibt aber, und deswegen habe ich am Anfang ja eingesagt, manche Formationen an bestimmten Kraterrändern, wo es so aussieht, als ob das Material heruntergeflossen ist. Und da überlegt man sich, in manchen Fällen zumindest, ob das nicht so etwas Ähnliches wie flüssiges CO2-Kohlendioxid gewesen sein kann, weil es nämlich ein bisschen anders aussieht, als die Wechselwirkung mit Wasser. Also es gibt manche Fälle, kleinere Quellen, kann man fast sagen, wo vielleicht auch Kohlendioxid rausgekommen ist. Das sind aber im Verhältnis zu dem, wo man die ganz deutlichen Spuren, die charakteristischen Spuren der Interaktion mit Wasser sieht, relativ geringe Teile der Marsoberfläche. Und eine sehr lange Frage, die ich hier auch ans Ende dieses Fragenteils gestellt habe, ist im Wesentlichen, der Mars hat kaum ein Magnetfeld, weshalb er seine Atmosphäre nicht gut halten kann, Vorsicht, das stimmt so nicht, das habe ich schon jetzt den früheren Beantworten erklärt, das Magnetfeld hat nicht direkt mit der Atmosphäre, das ist die Schwerkraft. Der Mars hat eine geringe Schwerkraft, deswegen kann er nicht die Atmosphäre lang halten. Und warum, wenn der Mars so dünne Atmosphäre hat und auch sonst es Probleme gibt, zum Beispiel Phobos und Demos könnten vielleicht irgendwann mal auf den Mars stürzen, warum sagen dann so viele, dass der Mars wäre ein Ausweichplanet, warum könnte man dann auf den Mars übersiedeln, um dort die Menschheit fortzuführen, wenn die Erde kaputt ist oder irgend sowas in der Art. Der Fragesteller oder die Fragestellerin, muss ich sagen, das hat ein wichtiges Thema aufgegriffen, denn über so ein Thema kann man lang diskutieren, aus den verschiedensten Richtungen. Ganz kurz zusammenfassend würde ich sagen, ich stimme mit sehr vielen dieser Einwände durchaus überein, denn ich könnte mir nicht leicht vorstellen, auf dem Mars leben zu wollen. Und da gibt es viele Gründe dafür. Und ich werde versuchen, in ein paar Minuten zumindest einige der Probleme hier zu erwähnen. Also, tatsächlich stimmt das natürlich, der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre, ungefähr einige Hundertstel des Druckes der Erdatmosphäre. Nicht nur das, die Atmosphäre des Mars besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid, ungefähr 95, 96 Prozent Kohlendioxid, praktisch kein Sauerstoff in der Atmosphäre. Also für uns Menschen ist die Marsatmosphäre so in dieser Form nicht atembar. Wir brauchen daher, entweder müssen wir uns das Gas von der Erde mitnehmen, den Sauerstoff, oder wir müssen ihn vor Ort erzeugen. Das kostet Energie, das kostet Aufwand, das sind Maschinen, die man dazu braucht. Dann müssen wir ein Habitat einrichten. Man wohnt auf der Marsoberfläche nicht so frei und kampiert in einem Zelt oder ein normales Haus, sondern da brauche ich wirklich abgeschlossene Einheiten, die ihre eigene Atmosphäre drin haben. Und noch zusätzlich, und da kommt jetzt das Magnetfeld ein bisschen auch ins Spiel, nicht wegen der Atmosphäre, sondern wegen der kosmischen Strahlung, die durch das Magnetfeld nicht abgelenkt wird, das fehlende Magnetfeld. Auf der Erde wird es abgelenkt, daher treffen sehr viele auch radioaktive Komponenten und sehr hoch energetische kosmische Strahlungen direkt auf die Oberfläche. Das ist für uns Menschen über längere Zeiträume hinweg tödlich, also auch für Tiere. Auch für Pflanzen nicht gerade sehr toll, aber weniger empfindlich als Menschen beispielsweise. Also wir müssen eine Abschirmung gegen radioaktive Strahlung, gegen kosmische Strahlung einbauen. Das ist auch nicht ganz einfach. Dann gibt es auf dem Mars nichts, was wir essen oder trinken könnten. Es gibt sehr wenig Wasser. Man kann natürlich aus dem tiefen Inneren ein bisschen was herauspumpen. Aber es ist auch nicht ganz so einfach. Es gibt keine Pflanzen, keine Tiere. Wir müssen also alles, was wir essen wollen, mitbringen. Von der Erde oder vor Ort relativ kompliziert an Pflanzen wachsen lassen und so weiter. Manche haben vielleicht von dem Experiment in Arizona gehört, das war die sogenannte Biosphere 2. Das war ein Experiment, wo man Menschen in eine abgeschlossene Einheit eine Zeit lang eingesperrt hat mit Pflanzen. Die müssten sich selbst ernähren. Und dann hat man also festgestellt, dass es ausgegast hat aus dem Beton und dass manche Pflanzen natürlich nicht so gewachsen sind. Das wollte er sich jedenfalls. Nach ein paar Monaten werden die Menschen schon, das war auf der Erde umgekommen, da musste man das Experiment abbrechen und aufmachen. Auf dem Mars, man muss sich auch vorstellen, ich brauche zumindest sechs bis acht Monate, bis ich von der Erde zum Mars fliegen kann. Und dann natürlich umgekehrt, wenn was passiert. Das heißt, dort brauche ich lebenserhaltende Maßnahmen. Dort brauche ich Gas, dass ich atmen kann. Dort brauche ich Wasser, dass ich trinken kann. Dort brauche ich einen Schutz vor der kosmischen Strahlung. Auch wenn jeden Tag ein Raumschiff mit hunderten Menschen von der Erde zum Mars starten würde, hätte ich damit nicht einmal den Bevölkerungszuwachs, den es momentan auf der Erde gibt, abgedeckt. Damit habe ich noch nicht das Problem, wie lebe ich auf dem Mars überhaupt gelöst. Das heißt, so gesehen ist der Mars keinesfalls geeignet als Ersatzplanet für die Erde. Es wäre also wirklich ein furchtbarer Notfall, wenn man versuchen müsste, dort längere Zeit zu überleben. Und nach unserer heutigen Technologie sehe ich das in der nächsten Zeit nicht und sicher nicht einfach. Das heißt, ich stimme hier mit dem Fragesteller und anderen zitierten Leuten sehr wohl überein. Die Erde ist unser Planet und passen wir doch auf diesen Planeten etwas besser auf. Und es hängt halt leider auch damit zusammen, dass unser Planet eine endliche Oberfläche hat und daher auch nicht einen dauernden Bevölkerungszuwachs problemlos aushält. Auch diese Frage muss man sich dann irgendwann einmal stellen. Und allen unseren Bevölkerungsüberschuss auf den Mars zu schicken, würde eher einem Todesurteil gleichkommen. Der Mars ist eben dafür wirklich nicht geeignet. Ja, und mit dem sind wir am Ende der Fragen angelangt. Und bis bald wieder bei Urknall Weltall leben. Dankeschön für heute. Dankeschön für heute.